Was hat man in der Verteidigung gesehen? Man merkt, dass das was ganz Besonderes für uns ist. Du warst nicht ganz fit die Woche, lagst ein bisschen flach mit dem Magen und Arm, aber ist morgen scheißegal, oder? Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Wenn man in so einem Spiel steht, dann denkt man nichts anderes. Es ist egal, was man für Spiele hat oder ob man kann es oder nicht. Da will man einfach nur gewinnen. Wollen wir morgen den Pott? Ja. Danke dir. Wie Orange!